Ey, Amir, du ekliger Amir! Ja, Russik hat auch das letzte Auto jetzt. Guck mal, vier Chats. Ähm, wie geil! Ich werde zum 30. Mal jetzt hier sabotiert. Heyo, Leute, CrimeX hier. Was genau, wir Paul Berger. Heute gibt es ein 5000-Euro-Rennen mit fünf YouTubern. Lass dein Like und dein Abo da. Let's go! 5000 Euro-Rennen! Jetzt ist geschreit. Oh mein Gott, Leute. 1000 Euro hier da im Pott. Ihr wisst Bescheid. Hey, ich fahr Stannis Auto. Bro. Ich fahr das Auto von MDKs Mutter, Alter. Hey, das ist meine Mutter damit zu tun. Ey, erster! Toll, toll, Stannis. Toll, dass du erster bist. Ich nehm jetzt erst mal schönen Windschatten. Hey, geh rein. Wer ist das Rennen mit mir zusammen? Ich geh rein. Was ist das für eine Rampe, Jogge? Alter, das ist eine Portalrampe. Alter, was ist das? Looping. Looping. Es geht los. Oh mein Gott. Okay, okay, jetzt, 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 Ende. Jetzt, Ende, Ende. Okay, ich bin in Baby-Aid. Das war's, Ende. Ich bin explodiert. Ich werde zu explodieren. Ja, du machst mit dir, Bro. Was geht ab, Alter? Du bist gar grundlegend explodiert. Nein, ich bin raus. Ach, du Heilige. Aber okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ey, Leute, machen wir mit respawn oder ohne respawn? Ohne, 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 ohne. Ohne respawn. Ohne, ohne respawn. Aber egal, Leute, lass einfach so machen, wie jeder Bock hat. Was denn? Ich hab so Angst. Ich dachte, das ist der first try. Digga, meine respawn halt. Oh, Bro, wer ist jetzt schon im Flugzeug? Er muss sich. Oh nein. Komme, Junge. Du bist auf Russen. Komme. Nein, der sabotiert mich. Ja. Ey, ganz unten. Ganz unten holt er mich. Ohne. 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 Ey, Leute, wir sind auch mal letzter. Was ist los hier? Was ist los? Ich war am Beybladen. Ich geh nur auf Army, Bro. Es ist mir so egal. Digga, ich war am Beybladen. Wie schwer ist die machen, Mann? Nee, ich hab das doch nicht gespielt. Ich werd nur noch auf Army gehen, Jungs. Der MBK kann nicht mal gerade ausfahren. Oh, weil du mich weckrampft, du ehreloser. Ja, ich kann nix dafür. Ich war am Beyblade. Du Esel, Alter. Oh mein Gott. Das ist die Rage-Rampe des Jatozi. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Zweimal. Hat er dich zweimal sabotiert? Jungs, ich sag euch, es ist mir egal, ob ich letzter werde. Ich werde nur noch abrampfen. Nein. Ey, ich hab den Rentner zum Sauerpacken. Ey, Rock ist hart, lady, hier kommt der drunter. So ein Ehresohn, ey. Let's go. Wichtig, wichtiger Babe. Ich hier. Rock Army seine Ehre ist unter meiner Fußsohle, Bro. Ich lass dich auf meinen Schuh. Stunny, Stunny, ich muss weiter noch Resten rausbringen. Das hat mehr Klasse als dein Skill. So, jetzt gibt's Rache. Schade? Den hab ich nicht getrunken. Nein, ich bin nicht gut. Ey, ich sag euch ehrlich, wer mich jetzt runterkickt, doch mal. Wer ist da vorne, wer ist da vor mir? Ich schad's euch nach Hause. Ich schad's euch nach Hause. Ah, das war Armin. Ja, warum? Armin ist erster. Armin ist erster. Armin ist erster. Du bist erster. Nee, ich bin erster. Armin ist erster. Armin ist erster. Armin ist erster. Das ist eine richtig schwere Rampe. Profirampe. Ich hab keinen Bock mehr. Hey, wen hab ich geschliffen? Bro, ey, ich sag euch einfach, ich werd noch erster. Boah. Was ist denn der Ansatz? Weiß ich nicht, Stunny. Weiß ich nicht. Ich werde jetzt früh früh runterballern. Bro, die allein sind die einzigsten Autos, die Stunny noch weiß. Ey, Jungs, das fällt mir jetzt erst auf, dass das hier immer so Halbkreise sind. Dass das so Halbkreise sind, auf denen man hier landet. Ja, das... Man bounced da immer so weg. Das ist ja voll schwer, die Rampe. Nein! Oh mein Gott, Bro. Oh mein Gott. Digga, das ist echt ekelhaft, ne? Ey, okay, das Klaus-Auto lasse ich in Ruhe. Ich weiß nicht, wer das ist, aber... Oh mein Gott. Bro, bitte lass mich doch in Ruhe! Es gibt nur einen Klaus hier, doch. Boah, ich steil die ganze Zeit runter! Der Armin ist Stunny, Bro. Stunny gebrochen. Ey. Das tut mir leid, was ich mit dir gemacht habe. Statement, Stunny, 1000 Euro weg. Was ist da los? Was da passiert? Das Runde ist doch gar nicht vorbei. Bro, ich glaub, 1000 Euro sind weg, Stunny. Keine Ahnung. Oh mein Gott. Max ist Zweiter, Max ist Zweiter. Max ist Zweiter. Max ist Zweiter. Max ist Zweiter. Stunny bis zum Fünfter. Stunny bis zum Fünfter? Bro, halt deine Klappe. Oh, das ist Stunny. Alter, Max, super. Ich hab dich auch in Ruhe gelassen. Ja, ich wollte... Ja, ich wollte... Ja, ich wollte mich weg. Ja, weil ich nicht wusste, wer es ist. Dann hab ich gecheckt, dass du nur noch im Ding bist. Im Clown-Band. Was haben wir hier? Max ist Erster! I cry makes auf die 1. Oh, lustig, pupsig. Was ist da los bei dir? Max, Max! Was ist da los? Los ich will mit Clown-Band runter. Ja wichtig Stani. Stani denkt dran was Armi der angetan hat. Ich bin back Jungs, ich bin back. Ja, bist du echt? Ich bin back und jetzt drückt uns rein was ab hier. Er ist back, wir gucken auf Englisch. Nein, kurz vor Ziel, Mann! Wie spielte das jeden Tag? Nein, ich bin auch raus, ich bin auch raus. Armi, du musst sehen, Armi, du musst sehen. Nein, 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 wichtig. Komm, 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 Leute. Das wäre eine wichtige Runde gewesen. Du musst Russacken. Russick ist ganz oben, by the way. Ihr habt das Auto schon? Nee, ich bin noch gar nicht auf der Rampe gerade. Ich weiß nicht. Ja, ganz oben, ja. Wer ist rot? Komm, komm, jetzt. Rot bin ich? Nein, rot ist Russick, Russick ist rot. Russick ist rot. Oh mein Gott, Armi. Hast du den Beybladen gebracht? So rein. Leute, man muss... Jetzt kommt die Aufholjagd. Man muss doch manchmal einfach den Rentner machen, Jungs. Ich sag euch, ich mach jetzt die Michael Schumacher. Oh mein Gott, Armi, du kleiner... Ich hab gar nichts gemacht. Nein, ich flieg ganz unten raus, Max. Ey, Bro. Armi hat mich sabotiert. Armi hat mich sabotiert. Ich sag ehrlich, alle auf Armi, Jungs. Oh mein Gott. Armi ist ein Ekliger, dieses Rennen. Was ist los bei Armi? Warum so viel Hass in dir, Bro? Armi, genau so ist richtig. Armi hat sich menschlich... Armi hat sich menschlich so verändert, seitdem er ein paar Klicks macht. Boah, kleiner, der Lose. Guck mal, der kommt ja schon wieder angeflogen. Jungs, er hat mich wieder runtergegeben. Nein, echt jetzt... Alter, was hast du denn gegen Stanni heute? Bro, was hat Stanni dir getan? Nein, nein, ich hätte nur noch ein Flugzeug, Armi und Armi runterkicken. Also ich hab ja echt schon Mitleid mit Stanni, das ist ja wirklich abartig, was der macht. Ich auch, aber... Nein, Bro. Aber er muss halt mal wieder an seinen Platz gewinnen. Where is the gelb epic game, man, du Monster? Ich bin der Gelb, ich bin... Du hast mich sabotiert, Alter. Bro, hier werden wir sehen. Armi wird gleich sehen, Jungs. Das ist so ein richtiges Lightning McQueen, Alter. Ah, das war ich, ja. Ich sag auf jeden Fall, Armi wird auf jeden Fall nicht den ersten Klimpfigen. Jani, die Ansagen von meinem seckgeregen Neffen habe ich mir Angst vor, als vor deinem. Ohhhh. Ohhhh. Also ich bin dafür, dass wir nur Liebe verdienen. Wichtig. Richtig und wichtig geschafft hier. Nein, er hat's geschafft. Richtig und wichtig. Papa crime makes back off D1. Papa crime makes back off D1. Nee, nicht first try. Das wäre schön. Das wäre schön first try. Ah, schade. Das war so ein Sportwagen. Oh, rustig schafft es auch. Ey, ich muss first try es schaffen. Schade. Ey, du hast Glück, dass da diese Dinger sind. Oh, Digga. Das wäre echt gut. Mein Sportwagen ist italienisch, Jungs. Junge, das Problem ist diese Dinger, die sind so unförmig. Ja, das ist so ein Halbkreis. Das sind so Halbkreis, auf denen man nannte. Ey, Leute, die Rampe ist wirklich schwer heute. Ja, ja. Oh, aha. Tschüss, Amir. Boah, okay, das war cool. Oh, ich hab mich so gerecht gerade. Ich hab mich so gerecht an dir, Bro. Ey, Leute, man kann ja hier durch diese Dinger durchfliegen. Ich dachte, das hier könnte man nicht durchfliegen. Loll. Boah, ich hab mich so gerecht. Boah, das nächste Auto ist maximum eklig auch. Boah. Digga, nein. Digga, was nervt ihr? Ich komm mit dem Dinger, was ist denn denn da raus? Digga, Max ... Oh. Amir nervt mich einfach komplett. Nein, Max schaffst du was? Noch nicht. Nein. Ich bin mit dem zweiten Auto, Alter. Oh mein Gott, bei uns nein, nein, nein. Ich bleib, 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 bleib. Oh. 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 Ja, doch. Max macht super Kakerlaken. Ohne Bleib. Ich mach Rentner, Bro. Ich bin ein Rentner. Was wollt ihr von mir? Max ist ein Rentner. Ja, aber, Bro, merkt euch das. Lebensweisheit. Die Letzten werden die Ersten sein. Das ist mein Motto, nachdem ich lebe. Aha, dann werd ich der Erste sein. Okay, so krass funktioniert das auch nicht. So krass funktioniert das auch nicht. Ja, okay. Ey, Russik, bin unten jetzt, ne? Ey, du auch? Ja. Ey, Russik ist auch gut dabei, ne? Ey, Russik hat auch geschafft, First Drive. Ja, ja. Ja, Bro, ich bin hinter dir. Ich keck aus dir, Bruder. Ey, er klebt an mir. Er klebt an mir. Er klebt an mir. Stani ist noch am Ende runtergefallen. Stani ist so gebrochen, Bro. Stani ist so gebrochen. Aber stimmt, an sich, du bist nur zwei Minuten hinter uns. Also, an sich ist alles machbar. Du musst halt jetzt nur mal runterkommen. Ja, also ehrlich, komm mal runter. Ey, Armin, du ekliger Armin! Guck mal, das Schlimme ist, ich komm ja runter, aber immer am Ende, wenn ich runter... Digga, du ekliger. Ich hab ja hier den Caddy. Ey, Bro! Bro, er kann nicht so mal mutieren mit dem Kleinen. Ey! Bro, das ist... Ey, Bro, das ist... Ein kleiner. Ein dreckiger Bro. Ey, wegen Armin bin ich nicht mehr erster, Digga. Ey, du ekliger. Rostock, let's go! Armin ist vierter und macht Welle, Bro. Checkt ihr das? Ey, Armin ist wirklich nur am sabotieren, Digga. So ein ekliger. So ein ekliger. So ein ekliger ist er. Beinsam! So ist richtig. Ja, danke. Ja, ich hab' dieser Kuschelerei. Bro, ist er ganz geschafft, Leute! Ey, danke, danke. Danke, Armin, wegen dir. Rostock auf den Ersten. Bro, die Team doch! Ich hab's auch dann durchgeschafft! Das war Karma! Die Teamen doch, Bro! Max fällt runter! Max fällt runter! Max fällt runter! Ja, Rostock und Armin, ne? Die Teamen, ich sag's euch, Leute! Das ist patentiert, Bro! So, guck mal, hier, Max. Seine Taktik ist halt... Ey, Armin, wenn du mich jetzt runterkriegst, Bro, ich schwör' auf alles, Alter! Haha, du Müllhauser, Alter! Nein! Oh mein Gott! Stani, langsam richtig auf persönlicher Ebene hier! Ey, aber wie habt ihr das mit dem Familienverein geschafft, Mann? Ja, Mensch, ich hab's gesehen, Armin hat für mich Müll, Bro, soll ich dir sagen? Nein! Nein! Er ist so drin, Bro! 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 Nein! Ich schwör' auf alles! Ich hab's versucht, Leute! Guck mal, wie viel Zeit er verschwendet, weil er Stani... Ja, 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 ja! Er geht auf den Letzten, Bro! Ey, Stani! Guck mal! Es gibt manchmal Geld, ist zwar was Nettes, aber manchmal musst du auch Träume und Ziele verfolgen. Und Stani ist mein Ziel gerade! Ja, ich werd' noch erster, Jungs! Warte, warte, warte! Ey, was macht eigentlich Max? Chillt der da? Bro, ich versuch' diesen LKW hier runterzukriegen! Hä? Nein, Armin, lass mich in Ruhe! Stani! Stani, du bist... Witte... Hä, warum wieso mich? Was hast'n du eigentlich für'n Auto? Ey, nee! Oh mein Gott, du ekliger Hund, Digga! Nein, was mach' ich da? Du ekliger! Oh mein, ey, Ola! Okay, Stani! Stani, ich hab' dich in Ruhe gelassen! Ich hab' dich hier in Ruhe gelassen! Ich hab' dich hier in Ruhe gelassen! Bro, er wollte, er wollte mich ganz unten wegholen! Er wollte! Nein! Quatsch, Marc! Du ekliger! Hey, Mann! Tschüss, Ebi Köln! Ja! Und Russik! Oh mein Gott, Double Sabotage! Double! Was hab' ich gemacht? Hä, was du das machst, Leute? Double Sabotation, ja! Guck mal, wer ist das? Wichtig! Ich hab' Russik sabotiert, oder? Ich bin auf MBK gegangen, gerade! Nein, nein! Das war Max, Bro! Der ist auf MBK gegangen und daneben war Russik! Ich bin noch explodiert daneben, oder? Er hat beide, ja! Ach doch, ja! Nein, da war ich beide! Russik! Russik hab' ich aufgehalten! Nein, nein! Ich hab' Russik! Russik kam weiter und dann hab' ich ihn weggehauen! Ja, ich kam weiter, ich kam weiter! Dann war Tag Team! Tag Team Sabotage! Ja, siehst du, Max? Wir können auch Freunde sein! Oh! Wie könnt ihr noch kommentieren, wenn ihr runterfährt? Sollt schwer! Ja, Bro! Man muss talentiert sein! Ja, die Arme Übung! Übung! Man muss talentiert sein, Bro! Sprungfeeder, Digga! Mann! Ey, Max, du gehst jetzt auf den Sack, Digga! Warum geh ich denn? Was hab ich dir jetzt gemacht? Weil ich unten war! Ja, das weiß sie doch gar nicht! Du hättest ja noch in Beyblade kommen können und so! Mann, Russik ist aber richtig ne harte Nuss, der ist immer noch auf dem Herzen! Arme und Max! Arme und Max! Maxi, wo bist du? Ei, Arme, Max! Nicht da, wo du bist! Nein, ich bin's nicht du! Bro, MBK! Was sollte das? Was denn? Ich bin oben im Gelb! Ach, Mann! Wer war's? Ja! Wichtig! Er sagt MBK, Bro! Wen hast du wegsabotiert? Ohohoho! Bro! So! Sag mir mal kurz, welches Auto Arme ist, Junge! SUV! Ich bin ganz oben! Er ist oben! Oh, Liga! Du eklig! Ganz oben, mein Kleiner! Ich hab mich da versteckt an der Bande! Ich hab Kaka-Nake gemacht! KAM STANI! KAM STANI! Ey, ich bin, Junge, ich bin neu und alle, jeder freut mich! Ich mag das ehrlich! Liga, ich wollt alle nicht sabotieren! So, tschüss, Arme! Tschüss, Arme! Tschüss, Arme! Junge, Arme! Oh Gott, das nächste Auto ist geil! Oh, wer ist denn da schon wieder? Oh, ja, MBK! Hey, MBK! Ich hab überlebt! Ich hab unterstoß mich doch mal sabotiert! Ich bin vierter! Ich bin vor Arme, Jungs! Ey, guck mal, Arme liegt Arme auf dem Letzten! Also, das ist wirklich, Bro! Das ist, weil er aber so viel sabotiert hat, Bro! Ja, weil er dumm ist, Bro! Er checkt das Game, wie das nicht läuft! Alles gut, Jungs! Hab meinen Spaß! Das ist wirklich lustig für mich! Oh, nächstes Auto! Runter! Rocket zu dem Voltage! Arme gesehen ist... Arme ist einfach menschlich gesehen so Müll, Bro! Ich weiß... Oh, was? Und weg ist Arme! Junge! Arme wollte mich sabotieren und fliegt runter! Max ist erst dabei! So! I Cry Max back auf die Eins, Leute! Ey, ich bin bitter! Ich wusste, Rustig, ich wusste, dass du reinschockst! Weil bei dem Auto wird... Man wird immer Creedy, Bro! Man wird Creedy! Man kann runterboosten auf einmal! Ist aber nicht, Bro! Ey, Jungs! Ne! Jemand fickt mich runter! Ich sag ehrlich! Wer ist dann in der Backkick? 50 Euro! Bist du hier der Rote? Ja, ich bin der Rote! Oh, mein Gott! Boah, Jungs! Wow! Digga! Oh mein Gott! Hast du das gesehen, wie er mich weggeclashert? Hat der dich rausgehauen? Ja, ja! Ah, mir geht wieder flüten! Lalalalala! Junge, hab jetzt so viel Glück! Waaat? Oh mein Gott, langsam! Warte, wir haben das aber gleich... Cool, cool, cool! Bro, ich schwör auf alles! Ich hab noch nie einen gesehen, der so viel Glück hat wie Armee, Bro! Digga, Armee hat mich so weggeclasht wie so eine Fliege! Das Glück ist... Wie denn? Mit dem Dummen! Ja! Wichtig! Rocket Voltage durch! Ey, ich hab so eine Fliege! Rocket Voltage durch! Wichtig, wichtig, wichtig! First to the try! Ich hab noch nie einen gesehen, wer so viel Glück hat wie Armee, wie der gerade runtergeflasht! Nein, Bro, Russik! Russik ist immer der mit dem krassen Glück! Ich sag, real talk! Junge, Armee ist gerade wirklich, der ist einfach runtergebrettert, ist an der Bande abgekommen! Ja! Kalkulieren! 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 Kalkulieren, Stani! Strat, die Bräder nicht umsonst! Nein, Digga, wer hat mich sabotiert hier! Ich glaub, Stani hat sich grad... Digga! Gegen Ende! Wichtig! Wichtig und richtig! Junge, ich wurde fünfmal gegen Ende sabotiert! Wichtig und richtig! Wichtig und richtig! Was soll ich dir sagen, Alter? Wichtig und richtig! Ey, Leute, 5.000! 5.000 Euro! Ey, Jux, guck mal, wir müssen doch fachs gehen! 5.000 Euro! Ey, was, was? Auf mich gehen! Ja, ja, auf mal! Gönn doch mal! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Bro, er fliegt durch! Guck mal, das hat ihnen mehr Zeit als uns gekostet, weil wir oben am spawnen! Er sabotiert oben am spawnen! Da merkt man auch leider wieder... Da merkt man auch leider wieder, bei MBK fehlt es in manchen Stellen! Ey, Bro, also den Jungs hab ich die Null gewählt, warum babbelt die jetzt alle mehr? Ey, MBK, MBK, sag mal bitte, was hat Max für ein Auto? Er fährt grad... So'n Truck, so'n SUV hat er, Bro, so'n SUV hat er! So'n SUV hat er, so'n SUV hat er! Ja, ja, das war Max! Ja, Bro, ja, okay! Stark, MBK! Stark, Junge! Weitermachen, MBK! Ja, ey, guck mal, wie er sich anheizt, nur weil er auf den Ersten will! MBK, du wirst nur benutzt von Russling! Er benutzt sich wie ne Marionette! Bro, ich bin deine Marionette Russling! Ich bin mit dem Flugzeug wie ein Idiot oben gecrashed, Digga! Egal, gar kein Stress, Max ist rausgeflogen! Und jetzt nochmal! Digga, ARMY ist auch so schlecht! Guck mal mit dir! ARMY crasht mich einfach am Ende! Das ist halt auch so sinnvoll! Hä? Das macht halt wirklich keinen Sinn, Bro! Maxi! Nee, nee! Maxi! Fahr doch nicht! Ey, Real Talk, Maxi, das hat wirklich Zeitlupe! Es ist so traurig von dir! Ich hätt' so viel erwarten von dir! Lass mich doch Zeitlupe fahren, Bro! Ist das rausgeflogen? Ja, ich bin raus! Der muss doch ja dein Video auf mal drei gucken! Hä? Woaaaaah! Komischerweise bin ich aber auf dem Ersten! Digga, warum quatscht hier jemand mit mir auf dem dritten Platz? Woaaaaah! Ey, Maxi fliegt da drunter, wenn irgendein Jet da ist, ne? Ist der Erste, by the way! Kümmer mich du, Maxi! Oh mein Gott, Russik! Oh! Guck dir Russik an! Russik! Der Junge hat wirklich keinen... Also, ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, aber Russik fährt nur mit Glück, Bro! Das kann kein Skill sein, so wie er da runterläuft! Das kann man nicht... Und tschüss, Bro! Und tschüss, tschüss! Nein! Da sieht man's einfach wieder, Leute! Kontrollieren! Man muss das Ding kontrollieren! Ey, Jungs, können bitte jemand Maxi einmal weg, sabotieren! Wichtig! Ja, bitte, Digga! Wichtig! Wichtig! Und wir sind durch! Verdammt! Mann! So, Russik, wir haben auch noch ein Hühnchen zu rupfen! Nein, du hast es geschafft! Aber mit MBK hab ich auch noch was! Hast du es geschafft? Na, MBK ist gerade runter! Nein, hat er es geschafft! Nein, Mann! Was?! Was?! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich hab ihn wirklich ganz unten in die Ehre genommen! Habe ich nicht bekommen, Russak? Oh mein Gott! MBK, ich hab's mir die Ehe genommen! Ja, also das bin ich nicht gerührt, aber ihr müsst ihr auch zeigen, deswegen bin ich gerade da rausgeschossen. MBK, bitte! Bitte! Lösch einfach dein GTA, Bro! Ich kann nichts sagen! Oh, da kommt Abi! Das war zu strong! Das war zu strong! Boah, danke! Du hast mich zum Stoppen gebracht! Ja, kein Ding! Kein Ding, kein Ding, Bro! Kein Ding, Bro! Ey wirklich, Bro! MBK, erzähl mal bitte Statement! Was ist da gerade passiert? Bro! Ey Jungs, die sind gerade angekommen! Ich hab ihn wirklich ganz unten geholt! Ah! Wie war's das da so? Oh mein Gott! Nein, Digga! Ich flieg wieder runter! Nein, ich flieg wieder runter! Digga! Kann jemand mal Max stoppen! 5000 Euro! Ey, wieso nimmt Max ein kackbraunes Auto? Ey Jungs, Urlaub auf euern Nacken, Alter! Danke! Bro! Max macht nur Zeitlupe, Leute! Das ist doch nicht... Guck mal! Ey Jungs, ganz kurz! Die Farbe seines Autos passt auch übelst zu seinem Fast-Tier! Gold? Meinst du Gold? Hä? Nee, kack, Braun so! Das ist Gold, Bro! Nein, Bro! Das ist ein Rentner-Braun! Ja, okay! Ist wirklich ein bisschen Rentner-Braun! Das stimmt! Ey, ich könnte... Ich hoffe, dass noch ein Lkw kommt! Wir bringen die mal alle auf Max! Vierter! Ich bin letzter! Nein, ich bin letzter! Nice try, Amir! Danke, ja! Nein! Wir MBK jetzt auf dem Letzten! Ach! Interessant! Nein! Nicht hier ganz unten, bitte nicht! Digga! Aber dich trollt auch keiner Max, Jungs! Ich hab keine Ahnung! Ey, ihr quatscht so! Ey, Bro! Amir versucht hier grad das zweite Mal mich wegzuholen! Also ihr quatscht so, ne? Ja, ihr versteckt dich wie eine Kackalake! Dann was soll ich machen! Ja, Bro! Normal versteck ich mich! Normal! Du bist eine kleine Kackalake! Guck mal, wie sie alle rumholen, weil sie... Kackalake! Wie sie alle rumholen, weil sie schlecht sind! Ich bin eine Kackalake, Bro! Ey, komm! Stani, bitte rede nicht! Du bist Kackalake Nummer eins, Bro! Nein! Wolltest du grad den letzten trollen? Nein, nein, nein! So und durch, Leute! Ja, Amir! Amir ist eh, Bro! Er hat mich schon mal untergekickt! Wieso hab ich so lang Blackscreen? Ich wollte quasi noch was abonnieren! Schalalalala! Schalalalala! Muss ich! Das kann doch nicht sein! Halbe Stunde, Digga! Sooo! Also Leute, da seh ich bei euch leider keinen... Ey, wir müssen aber jetzt echt alle mal auf Max gehen, Jungs! Sag ihr ja! Was soll ich jetzt die ganze Versuche?! Max, du ehrenloser! Was?! Alter! Ihr wollt mich da grad sabotieren, jetzt mal ehrlich? Das war ich gewesen, Amir! Also ich sag euch ehrlich! Wenn Max jetzt nicht auf den ersten mehr kommt, Jackpot, Jungs! Ja! Boah, ihr seid also durch... Ich ekel mich vor euch, Jungs! Ja, ihr dürft aber nicht noch mehr! Versucht doch mal selbst was zu reißen im Leben! Was geht denn mit? Ihr könnt, ihr könnt nur sabotieren! Ihr könnt nur sabotieren! Guck mal! Wer war das? Er hat irgendwie so einen Quad oder so, einen kleinen Jeep, Jungs! Nee, nee! Ja, also easy, easy! Nee, 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 Jungs! Nee, 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 nee! Ach, ey, Rustic! Jaaa! Erste Sabotage! Erste Sabotage! Ich hab mich um ihn gekauft! Ich bekomm hier ne Autosabotage rein! Ich bin der letzte Army, Bro! Was bringt dir das? Das muss man so ne Schabe sein! Ja, ich schenk's auch nicht, dass Army den letzten mal so... Digga, aber grad hast du grad nen Drive-Buy! Das war kurz mit Snack! Ganz kurz mal zwei Pommes! Schade! Schade! Also Rustic, um dir... Ich gönn's dir! Du hast mich grad grad wirklich sabotiert! Ich bin runtergeflogen deswegen! Ja, aber ich auch! Ich bin auch... Dann ist gut! Ey, Rustic! Wirklich, wenn ich Erster werde, ich geb dir die Hälfte, wenn du nur Max freust, Bruder, ehrlich! Was? Warum macht ihr denn jetzt so? Ey, A, mir A, Bro! Ich werd dir Sandwich genommen, Digga! Mit dem... Jaaa! Guckt euch das an, Digga! Jaaa! Jungs, ich bin ohne! Ich kann Max sein nächstes holen! Ey, Leute, hört ihr das? Die gehen hier nur auf mich? Ich bin ohne dead! Das ist doch... Juri, du bist Erster! Natürlich müssen wir auf dich gehen! Max, immer wenn ich Erster war, ist auch alle... Jaaa! Gar nicht! Doch, immer! Also, welches Auto hat Max gerade, Jungs? Der ist ganz hinten! Der ist so ein... Ein blauen Jeep! Ein blauen Jeep! Ein blauen Jeep! Oh mein... Ach, Leute! Digga, ich hab kurz Angst gehabt! Brauen, 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 brauen! Ja, er ist schabe, brauen! Es ist genauso wie deine vier Arten! Haha! Ja, Stani! Leute, ich wurde gerade dreimal hintereinander... Jaaa! Ich bin nicht im Flugzeug! Ich kann noch nichts dafür, dass ihr schlecht seid! Wow! Jetzt geht's los! Ey, ich fahr hier das ganze Ding! Fahrt einfach besser als ihr! Und jetzt gehen hier alle auf mich! Es sind gerade drei Jets unterwegs! Oh mein Gott, Max! Oh mein Gott, sind vier unterwegs! Ey, Jungs, Max hat das mit Auto! Komm, Armir! Komm! Ja, Russik hat auch das letzte Auto jetzt! Nein! Guck mal, vier Chats! Nein! Nein, er hat's geschafft! Er hat's geschafft! Vier Chats hab ich überlebt! Glückwunsch, Max! Glückwunsch, Max! Glückwunsch, Max! Glückwunsch, Max! Die respawnen jetzt nochmal um mich zu holen! So Eros bin ich nicht! So Eros bin ich nicht! So Eros bin ich nicht! Wo ist er? Nein, er hat's geschafft! Nein! Er hat's geschafft! Er hat's geschafft! Er hat's geschafft! Doch! Wie? Gönn doch jetzt mal, Stani! Ja, okay! Nein, ich fall runter! Alles gut! Guck mal, jetzt ist Russik auf dem ersten! Toll! Und er ist am letzten Fahrzeug! Ich geh jetzt auf Russik! Ey, Stani, was geht, Bro! Alles klar! Ohohoho! Ja! Gut! Ja, ich bin gesund, Bro! Sehst du das Ding haben Stani die ganze Zeit kaputt gemacht, Max? Weil Stani einfach ein Stück Brot ist! Super, Stani! Ich sag' euch ehrlich! Das ist der Abstand! Bro, ich höre es doch Russik! Bro, wenn jetzt Russik das Ding gewinnt, dann werde ich nie wieder mit euch ein Rennen fahren, Digger! Wie? Ich war da auch gegen Russik! Ich hab's gewonnen! 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 Max, es tut mir leid! Bro, guckt euch's dir an, ey! Ich reiche dir hier mit die Hand! Ich reiche dir hier! Ja, Bro! Also wirklich, das war's letzte Mal, Digger! Das ist doch wirklich das letzte Mal! Wer mit Stani fährt? Warum hört ihr alle auf Stani? Da ist doch nur eins, Digger! Also wirklich, ne! Stani! 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 Warum? Jungs, ihr seid denn alle auf mich gegangen und Russik lasst ihr alle durchfahren? Ey, ich hab versucht, die zu sabotieren! Ey, Leute, checkt ihr, was hier abgeht! Stani bekommt 1000 Euro, wo wir zu müssen! Was hab ich euch allen getan? Mann! Safe! Stani hat's nicht verloren! Ja, okay, Amir, ram ich auch nochmal! Du bist im letzten Fahrzeug! Ich muss das irgendwie machen! Ey, Bro, wirklich, ich hab keinen Bock mehr! Das war's letzte Mal, dass ich mir durch ein Rennen gefahren bin! Ehrlich! Ehrlich, Leute! Max quittet! Jetzt zählt auch schon mein Titel! Max selber schlecht! Max selber schlecht! Bro, wirklich! Also... Ey, guck mal! Deswegen hab ich doch alle sabotiert! Immer alle! Ich kenn die doch! Ich kenn die doch! Also wer sagt, dass das ein faires Rennen war, Bro, der hat Kontrolle über Ich fand ich auch! Shani ist wieder unfair! Ich fand Shani war wieder unfair! Ich fand Shani war wieder unfair! Guck mal, geh mal aufs Seite bitte! Verdammt! Nein! Nein, nein! Da mach ich nicht mit! Das ist so ehrenlos! Da kann ich nicht mitmachen, Jungs! Hey! Da wär ich sowas von dabei! Wirklich, der hier! Könnt ihr euch nicht ausdenken! Könnt ihr euch nicht ausdenken, was hier passiert ist! Ja, Bro, warum gehst du auch? Ja, Starni! Also... Ich komm einfach nicht runter! Ich komm nicht runter! Ich werd jede Abfahrtsabude... Es geht nicht! Es geht nicht! Also wirklich eklig, Leute! Mit solchen Freunden braucht man keine Feinde mehr! Ich sag also... Max, du schaffst es noch nach uns! Ach komm, Russik, rede nicht mit mir, Digga! Digga, das bin ich! Achso! Ja und! Wir gucken jetzt Max sogar zu! Ja, Bro! Starni, komm! Es ist jede Abfahrt, Bro! Es ist jede Abfahrt! Er zerstört sich wieder! Ich fahr ruhig! Wer ist Dritter? Digga! Verstartet! Wird schon sabotiert! Oh mein Gott! Aber Jungs, welcher Dritter von euch? Äh... Ich weiß gar nicht! Starni, glaub ich! Abi ist Dritter! Starni, bist du Zweiter? Nee, nee, ich bin Funke! Ja, komm! Da kommt der Nächste! Ach, magst du mich auch noch? Bro! Come on! Ich bin gerade auf Max gegangen! Guck mal, ich check dir das eigentlich! Starni kriegt die ganze Zeit nichts hin und sabotiert nur! Er kann nicht fahren, deswegen fliegt der rein irgendwo! Oh mein Gott! Klaaaaaaa! Guck, da kommt der! Au! Hat mich nicht getroffen? Nein! 4-0, Rob! 4-0! Das habe ich schon! Gegen Wax! Oh oh! Machst du den Beyblade? Nein! Ey, was ist denn unten? Mann, gib Gas! Oh mein Gott! Was? Kickflip, Bro! Kickflip! Kickflip! Nein! Ey, warte, warte, warte! Nein! Oh mein Gott! Ja, Leute! Leider nicht mehr Erster geworden! Gut, was soll ich machen, Freunde? Was soll ich machen? Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da! Bis dahin, haut rein, Leute! Euer Clemix!